Diese zu veräußernde Vierzimmer-Doppelhaushälfte steht in Düsseldorf-Unterbach. 1958 wurde dieses Haus erbaut. Das Objekt verfügt über einen Keller. Es hat drei Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Gästetoilette. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 220 qm bietet das Gebäude eine Wohnfläche von ca. 120 qm. Der Kaufpreis des Hauses beläuft sich auf 300.000 Euro. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gern zur Verfügung. 10.000 Euro. 10.000 Euro. 10.000 Euro.